Man muss das Mikronom nicht umstellen, wenn sich das Mikronom nicht umstellt, das ist nur sehr wichtig. Wir spielen mit der Soundpoint Nummer 5, bis das Piano macht es, wie ein Mikronom. Und Ziel ist natürlich wieder, dass man so schön spielt, wie es geht. Jetzt müssen wir nicht den ganzen Bogen nehmen, wir haben übernommen, Frau Barber. Jeder spielt so, als ich am besten fühle. Erstmal, bei dieser Liedung. Später muss man es nicht nicht trainieren, dass man den ganzen Bogen ausschafft. Aber erst mal, jeder spielt wo er mag und versucht, dass es so gut wie möglich klingt und es ist gerade gestrichen worden. Wir müssen einen wirklich schönen Sound spielen. Erstmal müssen wir nicht den ganzen Bogen spielen, sondern wir fühlen uns nur mehr komfortabel. Aber später müssen wir den ganzen Bogen spielen. Aber jetzt können wir nur machen, was wir tun können. Und es gibt zwei Takte. Und dann stellen wir fünf. Machen wir das nochmal und wir versuchen jetzt ein bisschen beim Piano. Okay? Und wir werden gerne an der Mikronik mal rauskriegen. -Gönne-其实. Und wir werden mit года etwas geöffnet. Amen. 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 The goal was to play with a really nice sound and to think about the three symbols from the mobile. Genau. Und als Inspiration zu dieser schönen, vollen Klang, finde ich immer sehr schön dieses Bild, was es hier gibt mit den Geigen, dass man sich wirklich geil verschwimmt und die Seite schwingt. Und ich finde es für die Schüler auch sehr schön, wenn man richtig die Seile anguckt und sich an die Schwingung freut. Weil eine weite Schwingung klingt toll und sieht auch gut aus. She thinks that the picture that is here in the exercise is really nice for your students. Because you can see how the strings can vibrate. Genau. Und jetzt machen wir gerne die Übung von der Seite 19. Und da machen wir das erste Mal ohne vibrato.